Kochfilms hat zuletzt das Programm für den Juni 2022 preisgegeben und veröffentlicht. Ich habe kurz darüber in meinen Vorbestellertipps berichtet, habe da gesagt, wir werden da noch ein bisschen tiefer eintauchen in die einzelnen Filme und Veröffentlichungen und das wollen wir mit dem heutigen Video einmal machen. Wir befinden uns jetzt hier im Kochfilms-Shop und zwar bei den Coming Soon Products sozusagen. Wir haben hier schon mal eine schöne Übersicht über alle Filme und Editionen, die hier im Juni veröffentlicht werden und gehen das Ganze jetzt dann einmal schön langsam durch. Also beginnen wir zuerst einmal mit den Beatles und zwar ab Donnerstag, dem 16.06. 2022 gibt es A Hard Day's Night in einer Special Edition und zwar mit 4K Ultra HD Blu-Ray plus Blu-Ray und zwei Bonus-DVDs. Leider gibt es hier keine weiteren Informationen. Es wäre natürlich interessant gewesen, mit welchen Tonspuren man hier rechnen darf, wenn das Ganze schon so musikalisch gestaltet ist, denn es handelt sich hierbei um einen Film über die Beatles eben, die man eineinhalb Tage so ungefähr verfolgt zu einem TV-Konzert und was die da so alles erleben. Wir können einmal ganz hier kurz draufklicken, haben hier dann die Edition und hier dann noch ein paar Szenenfotos. Ich glaube, der Film ist Mitte der 60er Jahre entstanden, also schon ein paar Tage alt, aber die Beatles kommen einfach nicht aus der Mode. Habe ich selber sehr gerne gehört, bin da natürlich von meinem Vater geprägt worden, aber dennoch absolut cooler Sound und ja, für Fans der Beatles bestimmt eine interessante Geschichte. Dann machen wir weiter mit The King's Daughter. Hier klicken wir mal drauf, lesen nach dem preisgekrönten Fantasy-Roman das Lied von Mond und Sonne. Unter anderem haben wir hier Pierce Brosnan, dann Kaya Scorrelario, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, die kennt man aus dem letzten Fluch der Karibik-Teil, dann Benjamin Walker und William Hurt. Dabei geht es eben um diesen König hier, der unsterblich werden möchte. Dazu braucht er eine Jungfrau, eine Meeresjungfrau, die für ihn sein Leben lassen muss. Er lässt dann auch eine fangen, aber seine Tochter, deswegen heißt der Film auch The King's Daughter, hat hier selbstverständlich was dagegen und versucht dann die Meeresjungfrau zu befreien. Soviel einmal zum Inhalt, verfügbar auf DVD und auch auf Blu-ray ab dem 23.06.2022. Hier seht ihr noch die Extras und Besonderheiten, Interviews, Behind-the-Scenes, Deleted-Scenes und auch Trailer. Dann machen wir weiter mit Wild Man. Das Ganze ist ein dänischer Film. Alle Veröffentlichungen hier sind dann ab dem 23.06.2022. Und hier haben wir eben zurück zur Männlichkeit Wild Man. Hier reicht es einem Mann mit Midlife-Crisis sozusagen, Frau, Arbeit, alles regt ihm auf. Er verlässt alle, zieht in den Wald mit Pfeil und Bogen und diversen Fällen angezogen und versucht sich dann eben wie in Uhrzeiten durchzuschlagen. Das birgt natürlich jede Menge Probleme. Und so muss er dann, weil er auch kein Geld hat, eine Tankstelle überfallen, weil ihm der Hunger plagt und er selbst nichts irgendwie gejagt bekommen hat oder gefangen bekommen hat. Und dann natürlich auf der Flucht ist vor Polizei und anderen Gestalten. Also, es ist bestimmt eine witzige Komödie. Machen wir weiter mit The Other Lamb. Das ist dann wieder was komplett anderes. Hier geht es um ein paar Frauen, die in einer Sekte leben. Und da gibt es diesen Hürden, der alles bestimmt um ihn herum gibt. Gibt es keine weiteren Männer und er ist da auch ziemlich streng in seiner Herrschaft. Aber da gibt es eine seiner Töchter, die dann irgendwann anfängt, anhand von Träumen an dem Ganzen zu zweifeln, dass dies der Weg ist zur Erlösung. Ebenfalls, wie gesagt, verfügbar ab dem 23.06. Dann haben wir noch ein paar ältere Filme, wie die Unerbittlichen hier auf Blu-ray. In dem Film geht es um Rock Hudson, der hier so in die Lehre geht als Arztassistent sozusagen von einem Seuchenspezialisten, die hier in einem Dorf sind, aber feststellen, dass diese ganze Glaube und so von diesem Dorf es sehr schwierig macht, die Seuche zu bekämpfen. Dann verliebt sich auch noch Rock Hudson hier in die Jugendliebe von diesem Seuchenspezialisten. Und das birgt dann natürlich wieder jede Menge Drama. Wie gesagt, verfügbar dann ab dem 23.06.2022. Und weiter geht es dann mit seinem letzter Mord mit Donald Sutherland. Der Film klingt richtig spannend. Hier haben wir Donald Sutherland als einen Auftragsmörder und Killer. Eigentlich ziemlich eiskalt, doch plötzlich verschwindet seine Frau. Und bei seiner Recherche findet er heraus, dass sie ihn, seine Frau, betrogen hat. Und er bekommt dann mittendrin bei dieser Suche nach seiner Frau auch einen neuen Auftrag und stellt dann plötzlich fest, dass dieser Auftraggeber der Mann ist, mit dem ihn seine Frau betrügt. Also, sehr spannende Geschichte. Ich habe den Film noch nicht gesehen, mir vorhin die Inhaltsangabe durchgelesen. Aber das klang nach einem richtig coolen Thriller. Ebenfalls verfügbar und lieferbar dann ab dem 23.06. Dann haben wir Cliff Walkers hier angekündigt. Auch für den 23.06. auf DVD, Blu-ray und auch im Mediabook. So wird das Ganze ausschauen. Wir sind hier im China der 1930er Jahre. Da werden ein paar Spionageagenten abgeworfen über einer Stadt mit dem Fallschirm. Und diese Stadt wird aber gerade besetzt von den Japanern. Und sie müssen da was rausfinden, werden aber verraten. Und so entwickelt sich dann ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir können hier mal uns kurz noch die Bilder angucken. Ich mag ja so 1930er Jahre-Settings. Ja, so alte Gangster-Filme auch, die so in El Capone-Stil angehaucht sind. Die Klamotten, die Autos und alles. Und das jetzt mal eben in China ist mal was anderes. Und mit sicher optisch zumindest sehr reizvoll. Ebenfalls angekündigt dann auch hier für den 23.06. Dann haben wir noch Du kannst anfangen zu beten. Der hochspannende Heist-Thriller war der große Durchbruch für Charles Bronson im europäischen Kino. An der Seite des eiskalten Engels Alain Delon feierte er seinen Abgesenk auf klassische männliche Heldentypen. Damals gab es halt noch solche Typen. Und das mit der Coolness, für die wir den Schnauzbart bis heute lieben. Und auch immer lieben werden. Da klicken wir einmal drauf. Da geht es eben um Charles Bronson und Alain Delon, die hier von einer Frau überredet werden, sich in einem Tresor wieder einsperren zu lassen, um dort ein paar gestohlene Dokumente wieder zurückzubringen. Sie gehen darauf ein, obwohl die beiden sich überhaupt nicht ausstehen können. Und stellen dann fest, als der Tresor sich öffnet. Oh oh, jetzt sitzen wir aber mal wirklich in der Kacke. Jo, das Ganze erscheint in drei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Wir haben hier die Kochfilms-Shop-exklusive Variante. Dann gibt es eben noch Cover-Variante A und auch Cover-Variante B. Gut möglich, dass es hier wieder ein Amazon-exklusives Cover gibt, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wenn hier neue Listungen stattgefunden haben, dann werde ich dann im Zuge meine Vorbestellertipps wieder darüber berichten. Machen wir weiter mit Wilde Pferde, Charles Bronson, Mediabook-Cover-C. Auch hier Koch-Shop-exklusiv, wie wir lesen können. Da haben wir dann auch wieder zwei alternative Cover noch. Cover-Variante A und Cover-Variante B. Da wird es sich genauso verhalten wie mit dem zuvor vorgestellten Film. Du kannst anfangen zu beten. Ebenfalls angekündigt für den 23.06.2022. In dem Film geht es um Charles Bronson, der sich zurückgezogen hat auf einer Ranch und sich dann in die Tochter des benachbarten Ranch-Besitzers verliebt, dem das aber überhaupt nicht gefällt und ihn auspeitschen lässt, wie man hier sehen kann. Und Charles Bronson sieht dann aber die einzige Möglichkeit darin, mit dieser Tochter durchzubrennen und sie sozusagen zu entführen, was natürlich hier den Unmut des Vaters auf sich zieht und der sich das nicht gefallen lässt und ihn dann verfolgt. Jo, auch das, wie eben angekündigt, in drei verschiedenen Mediabook-Cover-Varianten. Aber auch da werde ich bei Listung dann nochmal kurz darauf eingehen. Zu guter Letzt haben wir dann noch etwas aus der Kategorie preisgekrönte Filme. Und zwar Der schlimmste Mensch der Welt war nominiert für zwei Oscars, unter anderem Bester internationaler Film und Bestes Original-Drehbuch. Wer die Oscars gesehen hat, der sagt, entweder der schlimmste Mensch der Welt ist Chris Rock oder Will Smith. Da gab es ja eine handfeste Auseinandersetzung sozusagen, ob das Ganze jetzt gespielt war oder nicht. Sei mal dahingestellt. Dennoch Gewalt in der Öffentlichkeit bei so einer Oscar-Verleihung. Oh, das ist schon ein heftiges Stück gewesen. Auf jeden Fall ist das Ganze hier der letzte Teil einer Trilogie. Und zwar der Oslo-Trilogie, wie wir hier lesen können. Und zwar nach den Filmen auf Anfang und Oslo, 31. August, ist das eben hier der schlimmste Mensch der Welt. Das Ende dieser Trilogie eine norwegische Komödie über Romantik und Beziehungen, wo sich die junge Dame einfach nicht entscheiden kann, mit welchem Mann sie ihr Leben weiter verbringen möchte. Entweder mit dem Mann, für den es beruflich sehr gut läuft, mit dem sie gerade zusammen ist, sie selbst aber, ja, nicht viel Erfolg hatte im Leben und dann auf einer Party einen anderen sehr interessanten und charmanten Mann kennenlernt. Aber sie kann sich nicht entscheiden und macht sie das zum schlimmsten Menschen der Welt oder nicht. Das wird man dann ab August selber für sich entscheiden können. Trailer wie immer und auch hier die Blu-ray verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und das soll es dann auch gewesen sein mit dem Programm im Juni von Koch Films. Ich hoffe, ich konnte euch gut informieren. Wenn ja, Daumen nach oben. Danke meine Freunde, auf bald, bleibt gesund und Servus.